Moin, ihr Schrimpsbrötchen vernichte, das ist immer wieder auf unserer schönen Kaffee Kranz vernichte, ihr Kudehainis oder was, das ist ein Landraten hier, du. Der Hamburger Hafen, nicht? Was ist mit dem? Der ist noch viel größer als ich dachten tut. Oh, oh, dachtest du, der tut? Wusstest du eigentlich, dass Hamburg über 2000 Brücken hat? Über 2000 Brücken? Ich war noch nie in Brügge, keine Ahnung. Oh, Brügge ist auch eine schöne Stadt, du. Jut, auf geht's da unten und wir machen wieder Musik. Türke, ich erfahrst du Musik. So. Klingt doch melodisch und schön. Die haben bestimmt auch andere Musik. Nein, Türken machen nur solche Musik und Deutsche laufen nur in Lederhosen rum, weißt du doch. Die sind genau wie man es sich vorstellt, süßlich, niedrlich, ansprachend. Manchmal möchten sie auch aufhören bringen, aber sie sind tolle Testsubjekte. Und vielleicht ein bisschen Sauerkraut? Sauerkraut gab's gestern. Und Kartoffeln. Vorgestern gab's Eis mit Sauerkraut bei meinen Eltern, super lecker. Und noch ein bisschen Kartoffeln, würde ich sagen. Gab's auch dazu, ja. Das ist das typische, was du haben kannst, weißt du, Eis bei Sauerkraut, Kartoffels. So. Ist das geil, ey. Oh, ich find's geil, wenn's klatscht. Ähm. Noch mehr, noch mehr, noch mehr. Wir brauchen mehr, wirklich. Ja, ich hab schon geschossen. Äh. Was machst du da eigentlich? Irgendwie kommt's nicht raus. Guck mal, da unten. Was denn? Ah, da unten ist ein... Aha. Aha. Doch, es kam raus, Daniel. Und so. Jetzt nochmal. Äh, was ist denn das da oben? Hast du das gesehen? Siehst du die? Die Bots? Ach du Scheiße. Äh, wo ist eigentlich... Halt! Ah, Fick. Nochmal. Ach, Mensch. So. Wo hast du denn den hier? Ausgezaubert da unten. Ah! Die Beschleunigungs-Kacke hier. Die hab ich da hingeschossen. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir den irgendwie dann da... Ja. Hä? Hä? Wie soll denn das gehen? Guck mal, da unten sind mehrere Plattformen. Ach, natürlich, doch. Natürlich, klar. So und jetzt, äh, den so und dann einfach runterschmeißen, das Ding. Nee. Und gucken, was passiert. Guck mal. War das super, oder? Das ist echt total der Knopfgewicht. Ach, jetzt war... Ah, natürlich so. Nicht viel brauchen den, sondern das Ding. Muss hoch und dann... Das ist aber nicht genug Schwung. Ach, ich hab ne Idee. Lass das Ding erst mal kaputt gehen. Du bringst das nichts. Mehr Schwung. Oder nicht? Das kriegt dadurch Schwung. Ach, oder so. Ah, ja, doch. Das macht Sinn. Sei still. Hey, Mann, ich hab aber auch gar keine Ahnung, wie das grad sein soll. Hallo. Vielleicht oben drüber schießen lassen. Mit richtig viel Schmackes. Oben drüber, oben drüber? Nee, geht nicht. Okay. Komm in hier raus. Ah, jetzt halt. Ah. Ich hab überhaupt keine Ahnung gerade. Doch, ich hab da Ahnung. Aber das ist schwierig. Und zwar... Müssen wir das Ding hier rauskriegen. Dann müssen wir damit darüber fliegen und dann in der Luft den Laser irgendwie bewegen und dass der die hier abschießt. Hui! Hui! Oh, tot! Hey, aber ich bin schon mal darüber gekommen. Das meine ich eben. Du musst darüber kommen. Das ist gut. Aber wenn du in der Luft bist... Der Laser ist ja links. Das bringt uns ja überhaupt nichts. Nee, gar nichts. Bei der rechten hätte ich gesagt, kriegt man in der Luft das Ding bewegen oder sowas. Aber das ist... Äh... Nö. Der ist schon auf einer Ebene mit den Dingern hier auf jeden Fall. Muss irgendwie so hochgeschossen werden. Mit Schmackes. Aber das ist nicht... Wir brauchen hier auf jeden Fall... Wir brauchen hier auf jeden Fall noch genug äh... von der Cladderer-Datch. Also, wir müssen hier nochmal Cladderer-Dancen. Die schön voll Suppen, die Alte. Und jetzt tun wir so? Ach jetzt? Nee, es rinnt nur ab. Die Geschwindigkeit. Scheiße. Wie macht man das am besten? Ach, die voll Suppen, die Alte. Das ist aber spät bemerkt. Das wäre oft einfacher, wenn wir das Ding nicht so machen müssen. Wow, das Ding ist einfach in mich reingeflogen. Ich hab'n doch schon gefangen. Was machst du denn? So. Wie benutzt man das jetzt am besten? Kann man das irgendwie verwenden? Irgendwie? Irgendwie? Nein! Das ist ja dieses Kack-Ding. Stimmt, das bringt das ja sowieso nichts. Jetzt sitzt er da hinten wie so eine Ameise auf dem Bau. Einsam und verwaschen. Hallo! Hast du dich gerade gewundert, wie ich hinter dir kam? Nee, nee, du hast ja da geschossen. Ach so. Ach, na schau mal, Kiek. No! Da ist auch noch was. Okay, warte. Na, wohin fliegt das dann? Dazwischen irgendwo. Trinkt gar nichts. Warte mal! Ach, das ist später unsere Lösung, wie wir weiterkommen, ne? Ja, ja. Dann schließen wir uns nur ab. Das heißt, wir müssen jetzt auf jeden Fall, ähm... Das ist die einzige Lösung. Wurde hin? Ich glaube, ich habe die Idee. Hat nicht geklappt. Ach, wo ist denn das überhaupt da mit der Geschwindigkeit hier? Das ist, glaube ich, eine zur Ablenkung, oder? Nee, ey, das muss... Nee, nee, das mit der Geschwindigkeit ist, damit wir da, äh, dort reinfallen und es hier rauskartopultiert werden. Jetzt habe ich aber eine andere Idee. Pass mal auf, du fängst wieder das Ding auf. Okay. Boom. Okay. Und jetzt? Ähm... Du musst irgendwie... Oh, Wallah. Irgendwie müssen wir... Ich wollte den gar nicht aufnehmen. Ach, doch, natürlich. Ich weiß es. Wenn wir hier hochgeschossen werden, hier links, dass wir dann hier hochfliegen und dann... Ja, ich weiß es. Ach, nee, doch nicht, weiß ich nicht. Ah, scheiße. Das Ding hier ist ja im Weg. Ja, ja, sonst würde ich dich da drüberschießen lassen, hochfliegen, weißt du. Das wäre ja alles kein Problem. Warte mal. Doch, warte mal. Das muss doch irgendwie gehen. Nee. Hä? Wie geht das? Keine Ahnung. Ähm... Ja, wie geht das? Ähm... Oder noch komplizierter. Wir lassen das Ding... ...da durchfliegen. Nach dem Motto, weißt du? In der selben Zeit schießt du dich dann entgegengesetzt, nimmst es in der Luft mit, dann mache ich hier das Portal unten rein und dann kommst du hochgeschossen. Boah, ja, aber ich glaube, so ist es. Ich glaube, ja. Boah, fuck. Das wird natürlich ein Spaß. Aber erstmal muss ich dann, äh... Das... Jetzt muss ich nur sagen... Nee, erstmal nochmal. So? Nee, 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 nee. Nein, da. So. Das gelbe... Oder das... Ja, egal welches. Okay. Und jetzt hast du ihn. Hol ihn! Hol ihn! Ich versuch's! Aber hey! Die Idee ist schon mal. Wir haben die Lösung. Ich glaube sogar, ich weiß jetzt noch mehr weiter, weiter Bumms'n Bumms. Achso, ich dachte, du hast schon geschossen. Nee, okay. Ich bin dabei und jetzt schieße ich mal. So. Dann kommt das jetzt da unten rein. Der kommt jetzt da hin. Immer hin und her geschossen wirst, weißt du? Boah, krass. Ja, ja. Ist aber gar nicht so einfach, wa? Nee, überhaupt nicht. Der Ende ist schon mal fertig. Okay, jetzt. Wir haben ihn, wir haben ihn. Super. Okay. Super, alle drei fertig. Boah, die schießen ja wirklich echt. Call of Duty, Call of Duty. So. Jetzt hol ich dich wieder hoch. Ja, am besten das richtige Portal. Ah, genau. So. Reicht noch aus. Okay. Und jetzt musst du die Portale da drüben und da oben. Genau. Und das muss ich dann später machen, wenn ich drüben bin. Richtig. Wihuuu. Funst. Läuft. Funst. So, okay. Nicht schlecht, Daniela. Muss ich jetzt irgendwie, äh, genau. Ich mach mal hier und da. Du musst dich jetzt da rüberschießen. Ich hab schon gelegt. Hast ordentlich ihn abgelegt, ja? Ja. Wuhuuu. Wihuuu. Schlank. Ich hätte einfach das Portal wegmachen sollen. Das ging in die Wand klatschen. War ja gar nicht mal so kacke. Oh. Nein. Oh. Jetzt. Voll traurig, der Kleine. Ja, ich hab aber doch gewonnen. Und da verlier ich auch noch. Ja. Kacktyp. Ja, so ist das. Ich hab vergessen, den Timer zu legen. Ich mach mal mal einen neuen. Mh. Ich mach einfach mal. Ach, scheiß drauf. Wo haben wir's denn jetzt? Nein, ja, nicht Alarmsignale. Mein Handy ist so im Arsch. Ich hab die schöne Fahrstuhlmusik jetzt deswegen vergessen. Ich weiß, eure Kerne entstammen Taschenrechner, geeignet für simple mathematische Aufgaben und nicht für Tests. Doch wenn wir die Menschen retten können, dann lasse ich euch etwas addieren. Wer weiß, vielleicht sogar Subtiteln. Okay, hier kommt anscheinend... So, einmal ganz kurz zwischendurch geworfen, so. Muss ja sein. Ja, enter. So, das sieht schon mal ganz schnuff da aus. So, jetzt erstmal wieder richtig abketschen. Richtig hinten. Oh, geil. Lass gleich nochmal. Das sieht so pervers aus, auf wie ich denn da stehe, ey. Und jetzt mal weiter oben. Ja, Baby. Aus allen Richtungen. Schön, Bukake-Nachrichten. Ähm. Weißt du auch nicht, was es nutzt, aber... Huiiii. Hahaha. Einfach mal alles voll schlabbern. Ja. Das ist immer die beste Methode. Juuu. Oh, was ist denn das hier? Oh, bei dir ruft jemand an, da, ne? Oh. Bei mir ruft jemand an. 33, 1, 2, keine Ahnung, wer es ist. Ich steck's mal kurz weg. Ich weiß, es ist einfach in die Ecke. Ja, ja. Okay. Wo kommt der her? Ach, der kommt von da. Was macht der hier? Ah, okay. Okay, aber es erklärt uns noch nicht, wie wir da reinkommen sollen. Du musst dich da oben durchschießen lassen. Von meinen Portalen, also auf jeden Fall. Ich muss eins legen. Warte mal. Schwupp. Ja, ja. Warte. Wir brauchen glaube ich noch mehr Bukake. Ne, du musst mich wieder so durchschießen. Ach, hier. Wie soll'n das gehen? Ganz ehrlich, wie soll'n das gehen? Ich komme dann ganz schnell hierher. Ne, ne. Du bleibst da. Ich schieß mir selber im Portal. Oder so. Okay, du musst mir da dieses Ding aufmachen. Da kommt so'n Ding. Okay. Und wo ist es geht? Ich dachte, es wäre schon. Nein. Okay, müssen wir besser absprechen. Okay. Nochmal neu. Okay, okay, okay. Ja, ich brauche hier dein rotes Portal. Genau, haben wir, haben wir, haben wir. Sag mir, wenn das Ding unten ist. Ja, ich hab' den Knopf hier gedrückt. Okay, und jetzt. Sehr gut. Dann driech' jetzt hier. Soll' jetzt los hier rüberrennen und aufmachen. Super, komm schnell zurück. Ah! Wow! Der war knap. Der war richtig knap. Der war richtig knap, mein. Ach, wir haben's schon geschafft. Der war schon durch, ja. Falls ihr beunruhigt seid wegen der Menschen, nicht alle sind Monster. Die meisten sind gute Testsubjekte. Ich glaube, auf eine Million gute Testsubjekte kommt etwa ein Monster. Oh. Ich wollte dich umarmen. Oh, ich komm nochmal raus. Bearscht. Ein Penner, ey. Ist das schön? Ist das romantisch, du? Romanski. Romanski. Der ist gleich hinter der Öffnung. Die Tür öffnet sich nicht, obwohl ich den Code eingegeben habe. Ihr müsst nun also das manuelle Schließsystem direkt an der Tür bearbeiten. Ich hab auch noch... Oh. Was war das denn? Total schaden, ey. Da tropft irgendwas von der Decke runter. Ja. Ich hab übrigens was sehen hier auch. Das hab ich noch aufgezogen. Jetzt müssen wir was überstehen. So. Also ich kann hier was drücken. Mach an. Mach an. Ah, okay. Ja. Da musst du dann irgendwie durchschießen. Total. Ich? Ja. Ja. Und irgendwo anders hin. Da oben. Oben. Über dir. Rechts, 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 hoch, rennen. Wo bist du? Du bist dort. Na ja, mit Absicht. Okay, lauf nochmals dahin. Da. Da. Und drück. Und jetzt? Ja, wirst du sehen. Jetzt mit Anlauf, das wird blau. Und dann mit Anlauf springen. Weißt? Und boing. Echt cool. Boing. Aber bei uns ist übrigens nichts romantisch, bei uns ist alles bromantisch. Ist bromantisch. Okay. Spring, spring, spring. Nee, nein, hör auf. Hör auf mich zu nerven. Spring, spring, spring. Wir müssen die anderen... Nein. Wir müssen die andere Wand finden, die wir anschießen können. Die hier. Und da. Warte. Ey. Nein. Doch. Ich bin drüben. Und du? Echt? Ich glaube langsam, ihr wollt die Menschen gar nicht retten. Ich bin gleich da. Ich wollte mir nochmal ne Auszeit nehmen. Was wolltest du denn machen? Einfach durchlaufen. Aber das kann doch nicht alles sein. Natürlich. Nein. Doch. Nein. Wusste ich doch. Hier ist noch ein Portal. Jetzt hier so. So. Jetzt musst du hier hoch. Und uns wieder zurückschicken. So, durch. Jetzt hüpfen wir hier runter. Nein, hier. Ah. Hier hüpfen wir runter. Shut up. Oh nein. Ich hab's verkackt. Warte. Ich leg dir mal das Portal nochmal besser. Du es wenigstens schaffst. Und jetzt. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ich bin tot. Sehr gut, wenn du mir die Portale mal kurz legen könntest. Äh. Geht irgendwie nicht. Oder ist doch da. Hier. Müsste klappen. Gut. Weil. Müsste klappen. Ich bin ja eben ein bisschen daneben gesprungen beim ersten. Oh nein. Ah. Und jetzt passiert. Das Ding hat mich angegriffen. Hahaha. Ja, man kennt das ja mit den Spieluhren. Hahaha. Was machst du denn? Was? Was drüben? Achso. Ja, ich bin doch hier. Hahaha. Ja, was hat gefunkt bei mir gerade? Es ist alles. Ja. Oh. Oiii. Oh, Mann. Was denn? Du bist gemein zu Sven. Ich war doch kein Fahrstuhlraum. Wir sind doch gleich durch anscheinend. Dann bin ich ganz allein auf der Welt. Oh. Oh. Endlich allein. Wooo. Wooo. Hahaha. Ein Penner, ey. Hahaha. Oh, geil. Ach du Scheiße. Wie geht denn das jetzt hier? Sieht aber epic aus. Da weiss ich nur, glaube ich, rüber. Oh Gott. Ja, das wird jetzt lustig. Ich hab hier einen Knopf zum drücken. Oh, Blubbles. Blubbles, Blubbles, meine Blubbles. Blubble, die Blubble. Okay, bei mir ist irgendein Exit. Ich hab also schon mal alles voll geblubbelt hier gerade. Guck mal zu dir. Hat voll gegen die Wand geklatscht. Maa. Ich blubber hier einfach mal alles voll. Vielleicht brauch man es irgendwie. So, die Frage ist jetzt nur, wofür? Oh, ja, los, die ganze Wand voll. Oh. Weißt du, was ich jetzt übrigens mache? Masturbieren? Ich weiß es nicht. Nee, ich druck mir die ganzen Portal-Zeichen hier aus. Also die hier, weißt du? Diese komischen Dinger hier. An der Wand. Die weißen. Hm? Und dann mach ich mir, äh, ich hab unten noch Holzbretter, dann mach ich mir daraus, äh, Untersetzer. Cool. Ah. Sven ist ein Bastler. Hört, hört. Ich bin ein Bastard. Was? Hallo? So was darfst du nicht sagen? Wofür ist denn das jetzt hier gewesen? Das hat gar keinen Nutzen. Nee, nicht wirklich. Das muss aber Nutzen haben, sonst wäre es nicht da. Ja, ja, auf jeden Fall. Wir müssen da irgendwie hoch. Aha. Okay, gehen wir mal auf die andere Seite. Gucken. Was da drüben los ist. Da müssen wir beide durch. Ich bin tot. Hier kommt man nicht weiter, okay. Ja, bist du da rein? Äh, hier geht's nicht rein. Ja, warte. Du bist zu. Vielleicht kommen wir nur zur Zeit da rein. Äh. Ach, Schloch. Schloch, ey. Schlamm. Schloch. Schloch! Tja, Schloch. Ähm. Hä, warte mal, da oben ist noch blaues Blubbel. Da oben ist noch blaues Blubbel? Wie kommt man denn da ran? Hm, das müssen wir also von da hinten an machen. Wir müssen aber erst mal hier hochkommen irgendwie. Ja. Wie? Ja. Das ist, äh, Final Test Chamber. Was da hoch? Und jetzt, hüpfen! Was hat das denn gebracht? Ich weiß nicht. Einfach mal bescheuert sein. Hä? Ist da oben noch was zum Wubbeln? Wenn man hier rausgeht, macht man natürlich schon kaputt. Das heißt, Portale hier drin, bleiben auch hier drin. Ja, ja. Genau noch kein Stück weiter. Hm. Scheiße. Ah. So. Alles voll geglanscht. Was das aussah. Ja, das ist echt seltenwürdig. Vielleicht irgendwie hyper-mega-beschleunigungsmäßig erstmal so rumlatschen. Ja, das muss ja irgendwie so sein. Und dann schießt du mich nach hinten raus, dass ich durch... Ach, ich weiß es! Was denn? Renn durch. Uah! Was macht er, was macht er, was macht er? Ach, natürlich! Aber verkehrt rum nur! Ja, natürlich, schon wieder! Passiert, aber jetzt habe ich natürlich auch die... Jetzt weiß ich, was du meinst. Waren wir alles schon voll geglincht von dir? Äh! Ach, da oben kann man schießen! Ah, da kann man schießen! Okay. Dann... Vielleicht recht, aber auch so! Okay, ich habe schon mal ein Portal und jetzt hier durch. Dann schießen wir, genau. Kommen wir hier schon mal weiter, immerhin. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Ah, warte mal! Eine Kiste! Da brauchen wir aber einen Schlabbel. Blubbel. Also hier Blubbel. Und, äh... Was brauchen wir? Wir brauchen einen Blubbel. Also, äh, Schlabbel. Also, Bestandlegungsschlabbel. Ah! Damit du hier unterflitzen kannst. Ja, natürlich doch! Ist doch logisch, wie... Ach, ich Idiot! Ich wollte eigentlich gerade zu dir. Kannst du mir nochmal irgendwie ein Portal hier unten aufmachen? Hier ist einmal für dich und dann für das Schlabbel. Kannst du beides nehmen. Achso! Auf dem Fußboden, da ist es. Ja, oder so. So, einmal Blubbel. Sag mir mal, wenn ich vollschleimen soll. So, ist richtig vollgeschleimt? Geil, jetzt habe ich die Kiste hier. Wie vollgeschleimt die ist. Und jetzt, hüpf rinnen ins Loch. Nee, wir müssen da ja noch mehr vollschleimen anscheinend. Achso, okay, Moment, dann mache ich, äh... Muss ja alles vollgeschleimt werden. Dann schleim mal, schleim mal rüber, Bruder. Uah! Nochmal. Äh, wirkt nicht. Ja, dann mach doch mal auf die andere Seite. Oh, fuck. Falsche Seite. So. So. Habe ich... Ist vollgeschleimt nochmal. Okay, irgendwie... Okay. Ja, dann da drüben. So. Ach, schon wieder falsch. Hat aber gereicht. Und nochmal hier. Nee, falsch. Ach, ich mach jedes Mal einen Selbstfehler. So, ich gehe mal ganz kurz mit durch. So. Geh mal, gucke mal, was hier ist. Hä, die sollen hier rein? Was? Niemals. Wir müssen da rüber. Wir müssen da rüber. Geradeaus weiter. Boah! Guck mal, was bei mir passiert. Ich sehe bei dir ja, da sind so Lasers. Lasers. Wow! Was ist hier? Die müssen unterbrochen werden wahrscheinlich. Ich schmeiße dir mal die Kiste rüber. Oder ich gebe sie dir. Ach, ich weiß es. Die Laser unterbrechen mit der Kiste. Ja, und ich weiß auch wie. Also, ich weiß auch, was wir machen müssen. Weißt du? Drei Kisten holen? Nein. Immer wenn ich hier was unterbreche, dann geht hier, hier und da hinten jeweils hoch. Das ist so lange, wie ich es unterbreche. Und du kannst durchlaufen. Okay. Boah, krass. Dann machen wir ein Portal rüber, dann komme ich mit rüber. Dann unterbrichst du und ich laufe, oder wie? Ja. Oder willst du laufen und ich unterbreche? Dann schieß mir mal ein Portal kurz da rüber. Äh, wo? Da. Also, naja, irgendwo da unten hin halt. Ne, unten geht auch. Genau. Und hier. Okay. Dann, frohen Mutes, schlendern wir voran. Nehmen sie die zwei. Ja, ich sehe es. So, und die drei. Hier müssen wir auch beide gleichzeitig rankommen. Wie es aussieht. Echt? Letzter Deal. Okay. Dann müssen wir jetzt eine Lösung dafür. Ah, finden. Ja. Das ist die Lösung. Mach mal nochmal die drei zu. Vielleicht muss ich mich doch einfach nur beeilen. Okay. Nein. Stammt. Ich habe aber nichts weggemacht. Das ging automatisch. Ja, ja, ich weiß. Welches Portal hatte ich denn? Oben. Das gelbe. Dann mache ich hier das rote. Ich komme mal zu dir rüber. Irgendwie. Irgendwie ist das hier alles gerade. Die sind kacke. Ach, doch. Natürlich. Ah, viel einfacher. Aber. Einfach selber durchglisten lassen. Zeitmanagement. Ja, Zeitmanagement. Mach uns die Portale. Hast du, okay. Warte, warte. Ich lauf schon.